Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine in den letzten Part haben wir die roten Münzen in einer der schlimmsten Welten überhaupt gemacht und jetzt brauchen wir uns 10 Palme, ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag mal gucken, das ist sogar mit Zeit, oder? Ich weiß nicht mehr wie die Mission gegangen ist, ich weiß nicht, dass die einigermaßen scheiße war Ich brauche noch Wasser Was? Sag nicht, es gibt kein Wasser da Die Wackier Das habe ich jetzt nicht so gut gemacht Wo gibt es da was so? Muss ich das jetzt mit denen machen, oder was? Woher gehe ich in das Wasser? Jetzt habe ich kein Wasser mehr Hä? Wie soll das gehen? Ohne Wasser Da hinten das Wasser Ich meine, dass da irgendwo Wasser geben muss Ich kann mir schon fast aus, ich kann nichts Oh, ich habe schon wieder kein Wasser Aber es geht schnell leer Ich glaube, das ist gar nicht so gedacht, wo ich es sicher mache Ich glaube, das ist gar nicht so gedacht, wo ich es sicher mache So, drei noch So, drei noch Bagheera, was ist denn? Ich glaube, es geht nicht aus Na vielleicht Wenn ich mich sperrge, ist es aus Na ganz knapp nicht Ganz knapp ist es nicht das Das ist auch Schwachsinn Ich habe vergessen, wie doof diese Mission ist Ich habe vergessen, wie doof diese Mission ist Es schaut eigentlich ganz genau so gleich Ganz genau so aus wie der Hotelbesitzer Ah, ist das dumm Was ist das? Es ist das, was ich Es ist das, was ich Und da, bitte! Oh weh Das Spitzen bringt ja gar nichts Was ist das anders? So 3 noch, schauen wir mal um das Herz zu schaffen Ich glaube nämlich auch nicht So 2 noch Wo er jetzt scharf ist Keine Ahnung was vorher der Fehler war So komisch, naja Nicht tragisch, schärftes geschafft Na bleib stehen, hallo Da würde ich nicht stehen bleiben Wahnsinn Ich weiß gar nicht ob ich die 100 Münzen in der Level machen werde oder nicht Muss ich mir noch überleben Mal schauen 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 Okay. so besiegt easy dafür dass wir jetzt bitte zehn paar mal zwei versuche gebracht haben also spiel sich doch da ja das tun wir mit dem wieder gut machen so und das ist die ganze schade überflutet wenn ich mich da erinnere ne ja 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 also ich komme da jetzt gar nichts mehr auf wie komme ich denn da überhaupt ganz auf da aufkommen auf jeden fall nicht nur dann machen wir die mission danach oder oder schau mal vielleicht mache ich einfach das finale ich überlege mal was passiert ich ja 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 so wollte ich das nicht ich weiß nur dass es ziemlich schwer war ja und das mal das mal das mal koş ja Soooo Super Selbst wenn es ein bisschen länger dauert Ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren also jetzt kommt er erst das schrecklichste das habe ich überhaupt nicht geübt Warte in welcher Richtung ist was denn überhaupt Warte ich weiß nicht in welcher Richtung was da ist ich habe keine Ahnung in welcher Richtung überhaupt da irgendwas ist bei diesem Boot ja dann machen wir jetzt einfach das Finale und raus Das war knapp ja er ist rechts links bei dem Boot und links rechts oder wie ist das aber ich komme am ehesten still Leben ja da ist das mein Ernst ich habe überhaupt keine Ahnung wie das gehen soll ich weiß nicht was links ich weiß nicht was rechts ist bei diesem Boot ja 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 Ah. ja ich werde da jetzt einmal einen speicherpunkt hinsetzen und das mal ein bisschen ausprobieren weil ich habe überhaupt keine ahnung wie sich das boot steuert so ich werde erstmal einen speicherpunkt hinsetzen so und dann schauen wir wie das genau funktioniert mit diesem boot ich habe keine ahnung was ist rechts was ist links ich habe überhaupt keine ahnung was ist links und was ist rechts beim boot ich habe einen speicherplatz da hergemacht weil es mir gerade egal ist ja ich weiß nicht was links und was rechts beim boot ist bevor ich da 500 Jahre dran sieht ist mir egal ja ich weiß nicht was links und was rechts ist bei diesem boot ist das links oder ich mache nach links was ist das für eine behinderte steuerung und ich hab keine ahnung Das Boot dreht sich nicht so wie ich das will. Fascher Richtung! Okay, und jetzt ganz langsam nach vorne. Ich mach bissel nach rechts, warte. So, so, gerade. So, 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 nein. Waffe, waffe. Hm. Nein. Hardbackboard. Ja, das ist so schwer, ich hab keine Ahnung welche Richtung da überhaupt irgendwas ist. Ja, das ist ja schwarz. Ich mach sehr hoch, ne? Weil wir noch bissel, ne? Ja, komm mal auf, ne? Ich mach 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 mal auf, ne? Ja, die blauen Müssen sind mir auch egal. So, ich setz da einen Speicherpunkt, ja? Okay. So. Dann wird das jetzt einfach das Finale, auch wenn ich die 100% mache. So, ich mach mal egal. Erst, spring da rauf, Mario! So. So, warte. Einspeicherpunkt setz ich mir noch. Also, Sicherheit 2, falls irgendwas sein sollte. So. Ja, das ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach, es ist einfach kaputt. Ja, okay, bitte. Mach mal was. Ja, danke, bitte. Ja, bitte. Nein! 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 uh, ich bin auf der Vault geklautete, Wahnsinn! ups das war zu früh wie staunverdacke eingesetzt na komm was ja fast kein wasser mehr oder we want to talk no so the water's great hey junior sure is papa come on in mama beach mario how dare you disturb my family oh yeah nein das war mehr als knurr Warte Schatze, ich nehm gerade auf, ich hab gerade Zeit. Nein! Okay, ich hab nur noch ein Leben, ich bin gleich tot. Nein, ich hab auf dem Paar sa- Au, leck, 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 leck. Ja, Schatze, ich tue gerade aufnehmen, was? Oh, meinst du jetzt mal umschicken? Ja. Immer wenn ich aufnehme, weißt, das ist dieser Fluch. Ja, mach. Lecker. Ach... Habe ich jetzt fast geschafft, first try, oder? So, kann ich das vorspulen, hm? Du musst dann erst mit der ersten Sprüche Komm, kann ich das nicht vorspulen? Ja, ich habe dafür keine Zeit, ich bin am Aufnehmen Du kannst kein Zunieren gehen, aber ich mache es jetzt noch fertig Erst aufs Das war knapp Jetzt schleicht dich, vor allem ist das nicht der erste Durchgang gewesen Wird das was dann mit Superman alles anschauen? Naja Ich meine immer so, es war ein schönes Display Wir haben zwar nicht alle Chance, die was im ganzen Spiel Gibt Gmacht, aber wir Ich habe mein Bestes probiert, aber es war eh Eigentlich eh relativ gut dafür, dass ich nicht 100% gemacht habe Oh ja, ah Oh ja, ah Mario Was I Oh 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 Naja, dann würde ich sagen, war's das mit dem Let's Play, ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich über jeden Daumen nach oben freuen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Let's Play wieder. So, ich schalte mich mal aus, ihr könnt die FPS in links sehen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, bis nächstes Mal, bis bald und tschau. That's my boy, well put son, the royal Koopa life is as strong as ever, but for now, let's just rest a while. The vacation starts now. Das Danielle. Bis nay, bis heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.